hallo und herzlich willkommen zurück zu borderlands gotti ich brauche kein heißes gefährt ich bin selber heiß öffnen wir hier mal den straken wusstest du dass ich dich nicht leiden kann und dass du zu viel laberst wer will wem alle machen da fällt mir ein wo müssen wir hin ja im letzten part haben wir firestone verlassen natürlich nicht für immer wir müssen da noch einige nebenmissionen und so machen aber halt für kurze zeit verlassen wir firestone und gucken mal was sonst noch übrig ist von der welt naja ich erinnere mich ach ja ein grüner claptrap dreck wie ich erinnere mich hier haben wir firestone verlassen riesig ja Ah, hier sind wir wieder. Hier hat es ja gespeichert, ich weiß nicht, warum wir hier nicht wieder gespawnt sind. Hm, na ja. Dann gucken wir mal. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen da hin, das heißt wir holen uns am besten hier irgendwo ein Fahrzeug. Am besten hier. Würde ich sagen, dass wir uns hier mal ein Fahrzeug holen. Fahren. Zeige, du bist da, ich bin da. Am schwarzen Hördchenfeier. Lucky ist ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Body meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Ja, okay. Das kriege ich hin. Schaffen wir es da so rum oder fahre ich gerade falsch? Sorry. Sind wir hier auf dem richtigen Dampfer? Ja, so einigermaßen. Ah ja. Ey! Ey! Nicht nett! Gott! Es gibt keinen Winnet, ey! Ey! Nicht nett! Nicht nett! Nicht nett! Wo muss ich den Köder auslegen? Ach da! Aber wir sollen ihn doch nicht töten, warum steht da, dass wir ihn zum Schluss töten sollen? So, hier sind wir quasi fast richtig, nur das ist die Brücke über uns. Das heißt, wir müssen jetzt quasi umdrehen und einmal so über die Brücke fahren? Das kriegen wir doch hin! Aber ich dachte, er will ihn kalt machen, warum soll ihn wehen töten? Und dann mal kurz überlegen. Hier sind wir... Nicht ganz auf den richtigen Dampfer. So geht das auch, ja. Mal gucken, was der Tag so bringt. Und... Sind wir jetzt... so. So. Oh, das ist ne Hokeli-Gepfad. Wo sind denn die anderen Autos, die uns eben noch angegriffen haben? Ach, da ist schon wieder eins. So. So. Also... Irgendwie bin ich schon wieder auf den falschen Dampfer. Ey! Ich bin unschuldig. Lass das! Ah! Hier sind wir doch schon einigermaßen richtig. Und hier sind wir auch Safety first. Nicht mit Auto rüber. Ach, da sollen wir den Köder also auslegen. Ne Arena soll das sein. Sieht zumindest so aus. Haben wir irgendwie noch was zum Heilen? Natürlich nicht. Hier aber auch nix. Level 21. Da war was vom Heilen mit bei. Oh. Natürlich ein Nachteil. Wenn man nicht trifft, hat man... Und... Und anscheinend macht den das... So gar nix aus. Ach, der ist ja auch. Ich mag's nicht, dass die so langsam schießt. Dann wollen wir doch mal zeigen, was wir drauf haben. Okay. Okay. Gucken, ob er die Waffe wechseln können eben. Gucken, ob er die Waffe wechseln können eben. Das dagegen... Nein. Weg damit. Und damit her. Ja. Weil der uns gerade zeigt, wo es lang geht. Finde ich nicht nett. Nein. Erstmal weg hier. Erstmal weg hier. Und schön aufladen lassen. Oh. Hau bloß ab. Hau bloß ab. Das ist ja echt, wo der Hammer hängt, oder? Das gibt's doch gar nicht. Alter, alter. Ja. Dann Action Skill. Oh, der schießt den Laser, oder was? Ich fahre über den jetzt, wo der Hammer hängt. Komm. Ich greif doch sogar schon von hinten an. Alter. Komm her. Du Drecksack. Okay. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, bitte, bitte, bitte. Bitte. Bitte nicht. Hilfe, Hilfe, bitte nicht. Komm. Lass mir dir zeigen, wo der Hammer hängt. Okay. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Wir haben ja eh nichts zu verlieren, eigentlich. Komm her. Alter. Komm. Bis der etwa überall gepanzert. Da kriegt er auf jeden Fall weniger Damage. Und wie sieht sie aus? Mehr. Öffne mal die Schnute. Alter. Nein. Es dauert vielleicht lange, aber ich vernichte dich. Alter. Komm her. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Alter. Alter. Ich sehe nicht mal, wie viel Damage der bekommt. Anscheinend nicht. Oh Gott. Ich muss erstmal flüchten. den er hat uns gerade mächtig was abgezogen. Ah, ne Grammate nochmal. Gut. Warte, 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 warte. Werfen. Oh. Wir können noch. Wir können noch über alles, wir können noch über alles reden, Baby. Muss noch nicht gleich so wild werden. Komm. Komm. Vielleicht, wenn ich den von hinten angreife. Vielleicht. Hier. Oh, das bringt doch so gut wie gar nichts. Glaube ich zumindest. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter. Komm. Komm schon. Geh drauf! Oh Gott. Da war ein kritischer Treffer an den Fall. Komm mal her. Mach A. Alter. Also ich glaube kaum, weil der so springt und dieser Laser und so, so viel Schaden macht der gar nicht. Deswegen glaube ich den nicht, dass wir den nicht besiegen, weil er uns tötet, sondern eher weil uns die Muni ausgeht, bevor wir ihn getötet haben. Komm, geh drauf! Action Skill. Komm! Alter! Feuer und Explosionen und... Komm, geh endlich drauf! Langsam aber sicher verschwindet deine Lebensleitende. Aua! Komm! Lade! Nach! Ach! Oh Gott. 10 Schuss noch mit der hier. Oh! Ja! Oh! Habe ich damit den Laser unterbrochen? Habe ich damit etwa den... Oh Gott! Das ist natürlich der Nachteil, drei Schüsse ins Nix gehauen. Gut. Dann füllen wir unsere Lebensleitende mal wieder. Wo bist du? Komm! Komm! Gib's mir richtig! Komm schon! Geh drauf! Das nenne ich mal einen schönen Fight! Oh! Kacke! Ey! Komm! Komm! M-macht der etwa keinen Schaden? Stand da gerade null null null? Ja! Der Granatwerfer hat nicht meine Wirkung auf ihn, warum habe ich die ganze Zeit geschossen? Oh Gott Oh Gott, ich muss mal Waffen austauschen Okay, ich habe aber nur Revolver Na gut, ne Sniper hab ich auch dabei Oh, ne Shotgun Tatsächlich ne Shotgun? Vorher hab ich die ja Ah, das war effektiv in den Mund, wenn er seine Laser spucken will Und jetzt wieder ein bisschen regenerieren Und rauf da Rauf da, rauf da Komm, zeig mir, was du drauf hast So, jetzt gehe ich mal wieder zur Seite, das ist nämlich gleich zu Ende Oh Gott Und schon hat er mich wieder erwischt Und schon Mann, oh Mann, hätte ich die Shotgun mal früher gehabt Aua Kann das denn mal aufhören? Komm schon Jetzt, gib endlich den Löffel ab Nein Komm Die Schrotflinte bewirkt wenigstens etwas Nein Warum stelle ich hier gerade fast? Alter Da hat er viel abgezogen gerade Ich will nicht unbedingt damit kämpfen Ich will aber meine Leben regenerieren Komm, du schaffst es wieder auf die volle HP-Leiste Ja Ja Komm Komm Nachladen Komm 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 Wir können es wirklich schaffen Ich weiß nicht wie Wahrscheinlich, weil er nicht allzu viel Schaden macht Nur springen Nur sein Springhund Der Laser ist gefährlich Aua Komm, schon Schön, dass die Läden ein neues Inventar haben Würde ich mir auch gerne angucken Aber erstmal muss der Oh Habe ich gemerkt Alter Hat Hat er gerade Seinen Maul voll getroffen Alter Hilfe Komm Komm Öffne Öffne Öff Kurz nachladen Eine Granate habe ich auch nicht zur Auswahl, oder? Nee Ah Was machst du denn hinter mir? Alter Gut Du willst es nicht anders Leben und Schild regeneriere Regeneriere Und jetzt Box ihn Hör auf, so schnell zu rennen Alter Du Drecksack Fast der Ende Fast der Ende Fast der Ende Vorsicht Ich hätte gerne wieder Ein bisschen Schrot Ich hätte gerne wieder ein bisschen Schrot, Moni Das ist kein einfacher Gegner Gut, gut, gut Der ist auch drei Level höher Höher Aber Also das heißt Bevor wir gleich die nächste Hauptmission machen Werden wir erstmal wieder ein paar Nebencrests Abschließend machen Und mal Das dann erst im nächsten Part Aber auch mal Alter 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 Ey Er hat Hilf nicht aus Alter Wer braucht schon Hilfe Wer braucht schon Leben Gut Gut Komm her Lass Dich Boxen Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja Und die Läden werden wir auch nochmal durchgucken Ob die da irgendwas schönes haben Komm her Perfekt Komm Öffne Dreckzack Du Dreckzack Alter Ich werde dich Sowas von fertig machen Okay Der Laser hat mich voll erwischt Moment mal Du spuckst ein Laser Könnte das sein Dass das Vielleicht auch Feuerschaden ist Und dass meine Fäuste deswegen So gut wie nix ausrichten Weil du Feuer Und Panzer Runk hast Oh Gott Mir ist auch bald TfD'n Revolver dem Muni ausgegangen Ich hab's ja gesagt Hilfe Hilfe Dann haben wir Gleich nur noch Für die Snipern der Muni Gut Sniper hab ich auch einfach ausgerüstet Hierfür hab ich noch Muni Perfekt Guck Hierher Du schießt aber sehr langsam Bist zwar stark Aber schießt sehr langsam Ich brauch ne bessere Ne Eine die schneller schießt Komm Komm Schon Geh Ecklich drauf Du bist doch fast tot Du bist doch Alter Wo bist du Ey Das ist doch echt Mobbing Komm Schild Lade auf Alter Der hat mich Voll erwischt Wirst du gerade wütender Weil du fast tot bist Ach komm schon Das hat doch nix mit uns beizutun Oder Alter Alter Und Feuer Ey 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 Jetzt vernichte ich dich Ey Komm her Ey Also ich finde das schon Mobbing hier Dein Balken soll sich verkleinern Komm schon Komm schon Shit Lade auf Er ist fast tot Jetzt werde ich nicht mehr drauf gehen Oh Ja Lade nach Lade nach Perfekt Oh Da habe ich ihn Etwas mehr abgezogen Alter Komm Komm Lade auf Lade auf Action Skill Komm Shit lädt auf Gut Komm Wir werden doch jetzt nicht noch Jetzt guck mal wie wenig Leber noch hat Komm Komm Jetzt aber Sein Laser Hat ihn gerade Alarm gemacht Komm Hör auf Zu Komm Geh Drauf Gott 188 Der Action Skill lädt nicht rechtzeitig auf Alter Jetzt bin ich Verrecken wir jetzt doch noch Alter Jetzt erstmal lauf Jetzt lauf Nachladen und lauf Nein Wir haben Alter Das war echt ne knappe Kiste Oh Gott Ich weiß nicht wie Aber 112 ist So etwas schwächer Besser als die andere Zielgenauigkeit ist gleich Feuerrate ist aber schneller Nehmen wir Und Es ist Oh Gott Oh Gott Jetzt bin ich aber fertig Der Raketenwerfer ist auf jeden Fall besser Nicht schlecht Ich werde erstmal skillen Das hat jetzt wirklich nerven gekostet Ich überlege gerade Nein Also hier war wirklich ne Arena Wir hätten da nicht zurückgekommen Die Frage ist Er ist jetzt tot Wo muss ich lang Ich muss dahin Das weiß ich Muss ich jetzt hier nicht so einen Durchgang öffnen Die Folge wird etwas in Überlänge geraten Das ist mir aber egal Wir haben es geschafft Wenn auch nur knapp Weil wir langsam erstmal am Boden Und dann habe ich wirklich nur noch Geboxt Geschossen Einfach um ihn noch tot zu kriegen Und das hat echt Oh Gott Wenn da früher am Boden gewesen Wir hätten es nicht mehr geschafft Aber wie komme ich hin Jetzt Das wollte ich gar nicht Ich wollte V drücken Aber egal Weil ich immer noch nicht weiß Wie ich hier rauskomme So Hör auf Müsste hier jetzt nicht ne Leiter aufgehen Ah Eine schöne Waffe Ah die hat nur drei Schuss Leider Aber dafür Ob die schneller schießt Weiß ich nicht Ich benutze die erstmal Das ist ja auch Korrosion Wir finden schon noch was besseres Aber Ich würde hier gerne erstmal rauskommen Weil hier jetzt auch niemand ist der mich töten kann Oh Hier hat sich ein Tor geöffnet Wie wir hier rauskommen Das erklärt natürlich einiges War das die ganze Scheu schon da? Ich denke mal nicht Ah ne Das wurde gerade erst geöffnet Hier die Zugbrücke Mal gucken Liefern wir das noch ab Der Part geht sowieso schon Viel zu lange Kommt es auf die fünf Minuten auch nicht mehr drauf an Oh Gott Ich hoffe ich hab grad nicht übersteuert Aber das war echt Echt ne Knappe Kiste Oh Gott Also ich glaube nicht Dass wenn wir ihm weniger Schaden gemacht hätten Wenn er noch mehr Leben hätte Dass wir es dann geschafft hätten Wenn wir auf dem Boden Sowieso nicht Das war echt schon ne harte Nummer Im nächsten Part machen wir dann wieder ein paar Nebenmissionen Ich freu mich echt Ey Was wird das denn jetzt? Oh ne Will ich gar nicht Ich will eigentlich ein Fahrzeug Fahr schon Fahr schon Fahr schon Und jetzt fahren wir hier Einfach geradeaus Oh Gott Aber freut mich Haben wir geschafft Das war Level 20 hart Was kann man das Belohnung Das soll ein Sniper sein Sieht gar nicht so aus Normal Level 18 Ne Machen wir doch jetzt damit Im nächsten Part weiter Wie heißt denn das? Glück gehabt Ach Machen wir Machen wir damit weiter Erstmal gucken Oh Gott Das ist doch die Waffe von vorher Oder Mal Ach hier haben wir sie Also wenn es ein Sniper ist Dann ohne Zielfernrohr Könnte uns auch Hin oder wieder Wir haben Ja Ich überlege gerade mal Wir verkaufen hier mal ein bisschen Den hier zum Beispiel Den hier Ja Das war aber stark Die behalte ich wirklich erst mal Jetzt erst mal gucken Na die verkaufen wir auch noch Dann war es das erstmal Oder Wartet Gucken vielleicht finden wir hier ein besserer Schildspawnart Wie ist hier das 241 Habe ich 278 Schon gekauft Dann kurz mal ausrüsten Gehen wir noch Schild dazu So Und dann beende ich hier den Part Er geht ja jetzt auch schon lang genug Vielen Dank fürs Zuschauen Das hat mich echt gefreut Auch das war den Besiegler Man hat mich echt gefreut Hat mich echt gefreut Wenn euch das Video gefallen hat Gibt mir doch gerne Daumen nach oben Lasst vielleicht auch ein Abo da Und wir sehen uns morgen wieder In Borderlands Gotti Oder 1 Je nachdem wie man es sieht Ciao Ich bin raus Bis Tschüss Vielen Dank.